reicht das noch ein bisschen jetzt aber so ich überlege ob ich noch ein stein mitnehmen ich weiß nicht wofür aber ich lade mal ein mit mir zusammen ich habe einen stein mitgebracht geil stein mit weiß ich nicht weil ich kann eigentlich macht man damit er die mauer auf die kaputte wir müssen hier hoch da oben dahin da hoch ja perfekt nach die da meinst du mich halten fest mit oben bleib hängen bleib hängen ich versuche dich noch mal zu kriegen ich glaube ich mich erst mal selbst hier fest wenn es geht wie geil ist das denn ich krieg die arme und ich bin hoch genug oder doch aber nur ein arm der vorlauf mal im kopf ja perfekt Oh, cool ne Sache. So, wenn er seitlich drauf springt, sollte er eigentlich stehen bleiben. Ach so. Wir gehen wieder fest. Ich trau wenigstens auf. Komm. Ob wir lachen? Ja. Ich heb nichts. Lass los, lass los, ich hab dich. Ich hab, ich hab nichts. Das muss doch gehen, verdammt. Aua. Guck mal, guck mal, guck mal, er schafft's auf Anni. Ich hab nicht gesprungen. Ja? Er hat's drauf. Ich sag nur Glück. So, auch geschafft. Er steht auch ein bisschen nah dran, glaub ich. Man hat kaum Platz, die Arme zu heben. Aber jetzt sind wir zu zweit, um dich hier hochzuziehen. Oh. Gib mal deine Patschehändchen schier. Ja. Geht not. Komm zu Poppy. Ja, komm, komm. Ja, komm du eher zu Mami. Oh. Hab ich's. Jetzt. Mann. So, ein bisschen mehr Platz. Wenn's denn reicht. So. Ja, Mann, er tanzt. Scheiße. Ja. Fühl den Goof. Uhuhuhuhu. Nicht abgesprungen. Ja, das wird gut. Alles wird gut. Ich glaub, die Konzentration fängt an. Zu viel. Ich lass mal. Komm. Ich heff die da mal hoch. Aaaaah, Mann! Och, hooch. Halt. Aaaaah. Ich schweiß mich schreckt Jawoll, endlich! Auf gehts So, gucken wir mal ob, äh, wie heißt das? Dornröschen? Rapunzel, ob Rapunzel zuhause ist Rapunzel, Rapunzel, hallo! Keiner da Ist weg Die olle Bitch Ähm, hier sind wir aber auch falsch Wir müssen da drüben runter Hier in den, in den Innenhof, genau Ich wollte auch nur gucken, ob Rapunzel da ist Ach ne, das war das Ja, wir brauchen den Wagen wieder Ach so Ach so Ach so Ach so So, Hilfe kommt Jetzt wirds nämlich interessant, so Ah, nein Hip-Hop, ruf aufs Dach Ey 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 Das ist doch schon so toll Lass dich sch- Lass dich sch- Ah Scheiße Ah Ah Sterben lassen ist gute Art, aber Der Wagen ist halt bescheiße Na toll Na schafft das? Nope Da fehlt Spinat Da fehlt Spinat Ja Ja Hä? Ich komme hier nicht hoch Hilfe! Was up! Ich habe Weihnachtsdang gefunden Raus aus meinem Kamin Raus, raus, raus Raus Oh Nein Was willst du denn Kamin? Nein Äh, ja, hier ist warm Ich habe auf euch gewartet Oh Kriege ich dich hochgezogen? Äh Nein Äh Ich wills gar nicht Ich trau mich nicht Ah Doch, warte mal so 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 Und So Oh Das funktioniert sobald du mit allen Armen dranheckst Du musst bloß den zweiten Arm dann beim Hochschauen auch mitnehmen Ja, wenn das funktioniert Manchmal hängt der ganz komisch und dann kriegst du den nicht mehr bewegt Aber jetzt wird's halt noch besser Schia Oh nein Das ist voll cool Das ist das, wo ich ihn nicht schaff Oh Hund geht baden Also freut euch nicht zu früh, wenn ihr da oben seid Na Ihr landet hier noch ein paar Mal öfter unten Äh Ey Fällst du mir einfach in die Pfoten Boah, Schia, dein Arm Du sollst zum Arzt gehen Guck mal Wie der aussieht Guck mal Guck mal Wie der Sender ausstattet Das hat nicht jeder Ah Schön Oh Okay Was ist voll los du, Mannchen? Nein Das wollte ich... Ich dachte, du bist schon ein Stück weiter vorne Ich kann hoch Das... Das... War aber ein bisschen zu früh von mir Nein Nein Oh, Alter Wie ich hier hochgebackt bin Ist das einen anderen Weg? Ne Ich glaub, hier haben wir auch beim letzten Mal aufgehört dann irgendwann Schia Weil du das nicht geschafft hast Ja, weil ich's nicht konnte, ja Aber das ist total easy Naja Doch Toll, ich... Nee, mir hat da auch die Konzentration gefehlt Äh, hast du ein Déjà-vu jetzt gerade, oder was? Ja Obwohl, nee, wir haben's... Ich bin dann durchgelaufen, wir waren schon noch weiter Ja, genau Ja, genau Ich warte aber einen Moment auf euch Ihr müsst es ja auch wenigstens versuchen Baloo, einen wunderschönen guten Abend Was geht bei dir? Hi, Baloo Hast du das Spiel auch? Willst du mitmachen? Kannst du mit einsteigen? Für was muss ich machen hier oben? An die Laterne springen Und hier rüber schaukeln Rüber schaukeln Ja Also schön an die Laterne springen, festhalten Und dann, wie beim Schaukeln, wenn du in der Vorwärtsbewegung bist, nach vorne drücken Und in der Rückwärtsbewegung nach hinten drücken Dann nimmst du Schwung auf Ich hab's noch niemals auf die Schaukel draufgepackt Schafft Aua Hilfe Und jetzt nimmst du schön viel Schwung Ja Das ist aber nochmal das Problem Ja Ja Und dann lässt er jetzt gleich los Einfach los Ja Oh Das war zu viel Schwung Jetzt quatsch ich voll auf ihn drauf Mäuterei Geht doch hoch Mäut Männchen Los Ich bin jetzt das Sixpack was nicht vor unten ist Oh Ich steh hier zur Sicherheit Falls Falls nochmal jemand rüber springen will aufzufangen Aber Muss ich Muss ich auf meiner Seite an dem Ding hängen dann? Oder am besten auf der Seite? Nee, am besten direkt frontal gegen Ok Ich probier das jetzt nochmal Balkon ist gut Oh Scheiße Oh du Gott Korrektur Oh 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 Scheiße Handy Ich hab'n gebrochenen Arm Hilf mir mal Ich hab'n gebrochenen Arm Hilf mir mal Ich hab'n gebrochenen Arm Ach Ach Boah Mal hast du dich zu viel bewegt Ach man Ich wollte eigentlich an die nächste Laterne hüpfen Kann man den Balken mit unter diesen Wagen schieben Damit der höher ist Dann kommst du ja noch weniger ran Ja Eigentlich kommst du doch schon ganz gut dahin Na ich nicht Nee Wieso einfach ran springen Haben wir den Stein noch? Äh der Stein der müsste da auch noch liegen ja Oh der war knapp Ihr dürft auch nicht zu viel Anschwung nehmen weil sonst fliegt der hier meilenweit drüber weg Na super Ja das hat mich ja gemerkt ich war schräg Ich will dass es dazu schwimmen kann Also im Grunde reicht eigentlich das beim randspringen schon wenn der hier rüber kommt loslassen Der Schwung müsste eigentlich Au Hahaha Der Schwung müsste reichen So ich hab den Stein geerzieht Hä? Waloo? Mich lieb's zweimal Waloo? Wo? Oder wer ist das? Nee hier ist wo? Ach nee warte mal da kommt ein Kürbiskopf jetzt raus Ja Ach man mein Stein Ich dachte vielleicht haben wir entfernt Einfach Reingekommen Ich dachte den Stein Mein Kopf Also Wenn das war dann Habe ich gerade draus geschnitten Ich wollte vorher in Discord kommen Ein Sprachschnitt Mit dem Stein mal hier hin oder? Ja das hatte ich eigentlich vor aber Ich glaube Ich glaube der Held nicht wenn man drauf springt Dann wird zähl ich jetzt zähl ich den Wagen fest Ja aber der Stein rollt wel glaube ich Das ergebnet Also was wir schon machen und weh Aaaaah Nein Scheiße Das tut's aus Prozent Prozent vielleicht Wagen und den Stein die ihr macht sich aber auch schwer da drüben 9 Prozent ich hab's mal weiter ja hüpfst du mal weiter jetzt hab ich dich nein plups was machst du schon wieder hier abgestürzt kennst du die Evox abgestürzt kommst du aber her wehe du stürzt mir noch mal ab durch uns retten wir haben hier eine suzidgefährdete Person hilf mir mal wir stürzen alle drei ab ja scheiße ich lebe ja noch warum lebe ich ich hab sie mich noch nicht losgelassen ach so und hepp und hepp ach mal jetzt bin ich neben dem Wagen gefallen so ich bin schon wieder hier drüben ja und dann springen wir weiter und hoff und bringen uns mal zum Ausgang ihr müsst das aber auch schaffen nein ich mach das jetzt das kann nicht so schwer sein das spielen auch Kinder ich wollte grad sagen das hat keine Altersbeschränkungen das Spiel ich hab was an mir dranhängt ach das war nur so was blondes mit guck mal jetzt seid ihr beide auf dem Dach das war's auch nicht das war's auch nicht das war's auch nicht ich bin in dir springen warum hat sie mich festgehalten aber ich weiß es auch nicht irgendwie machen wir was falsch ich glaub auch oh ich probier das jetzt nochmal nein das ist wie Lemmings wie was Lemmings soll ich euch mal was sagen was ich mach ich mach euch mal hier unten die Tür auf ihr könnt hier hinten durchkommen ja nee oder ja wo durch lass sie hinten durch hier in dem Raum wo wir das erste Mal auf dem Wagenhof geklettert sind wo wir über die Mauer geflogen sind ja und ich glaub euch noch mal machen ja ja das denk ich mir auch hallo auf den Hund Hilfe 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 die wollen mich knirchen aber hier geht's auch schon weiter oh und das wird nicht besser Aua Hallo 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 vielleicht brauchst du einen hallo hallo versuchts ihr da mal hochzukommen ich schieb euch mal den Wagen dahin wo er hin soll wenn ich's denn schaffe hat ich so ich schieb euch ne 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 stadt schon er hat sie ist sie fährt hier ich glaube ich bin Haski das ist doch ein Haski ein Schlittenhund in dem Fall aber ein Kutschenhund du siehst nett aus wie Huskys ja aber Huskys ziehen Schlitten und ich zieh ne Kutsche das schlendert aber es war ich auf dem zweiten und jetzt ist der runterge... wie nennt man das? schlendert geschwankt und sie fährt mit samt dem Wagen weg der sollte da stehen bleiben, der Wagen den brauchen wir noch oh Mann, das ist gut Tja wir brauchen deine Hilfe komm ihr zwei starken Pferle da was soll so ein armes kleines Weib ausrichten? sich dranhängen ja toll nein ähm er steht auf jeden Fall sehr ungünstig ne äh nein 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 ich wollte da nicht runter ich steh auf von die äh oh oh verstanden okay das war nicht geplant aber ach komm wir sind doch jetzt wieder hier ja jetzt muss ich den dann nochmal hinziehen aber ich bin geübter Kutschenhund das sieht gleich buggy aus das sieht gleich buggy aus äh Valor antwortet auch nicht ne? ich glaub der ist nicht mehr da wo ist mein Ladekabel? das kann ich den auch nicht machen frag Frauchen die weiß das bestimmt die ist grinsen davongelaufen was ist die? grinsen davongelaufen ich glaub die hat auch ein Ladeproblem so ich glaub so könnte das passen aber hoch kommst du da nicht den brauchen wir um da rüber zu kommen also wir müssen hier diese Wendeltreppe definitiv hoch nein nein aua probier ich das nochmal so das ist unko ich hab das so er kommt wieder zurück du bist jetzt hier hoch wo ist mich hier? mein Menschen ist irgendwie betroffen ja es ist es ist nicht so einfach weil du dich weil du weil das halt kein kompletter Felsen ist oder so das weil du mit dem Körper nämlich auch unter dem Brett hängen kannst da zieht er sich nicht hoch und es ist auch einfacher wenn du die Breite des Bretts nimmst sobald ich oben bin schwacht der sich aber wieder runter du musst dich vorsichtig sein mit der Steuerung der bleibt da nicht oben stehen so jetzt geht noch mal vier rennt da hinten verwirrt rum ja ich hab versucht vielleicht gibt's irgendwie ein anderes was? guck mal jetzt stehst du da und jetzt spring ich einfach da hoch genau beinahe jetzt lass ich den los schau mal nach oben und mit dem da und jetzt spring nach oben ach du scheiße das schaffst du München gut ist wenn ihr jetzt irgendwo runter fallt ins Wasser oder so dann startet ihr woanders das schaffst du glaub ich nicht mehr da hoch ja ich fall da immer runter knapp 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 weeeey guck mal und plus ich hab nichts gedrückt der hat sich selber runtergebackelt ja ist bei mir auch so ich fall da immer runter sobald ich los lass sobald ich los lass schwacht der sich so runter als Flieger ist das nächste Aua ich hab vergessen mich festzuhalten nein ich steh unterm Rett ich glaub der hier ist weg komm mal runter dann schnicks machen erstmal oben ankommen und dann loslassen dann wackelt der auch nicht mehr so doll und dann loslassen dann loslassen gucke dann steht er auch ja das geht aber beim zweiten da macht meiner was er will so ich bin oben und dann loslassen und dann loslassen das war ein sehr guter Tipp glaub ich ja ja erst schön hochziehen warten bis du angekommen bist und dann erst loslassen na toll ja na super also bis es sich ausgewackelt hat genau genau hier kommt gleich Besuch von hinten ich würd aufstehen ich würd aufstehen scheiße oooh das Brett war zu schmal für zwei ah du würdest auch auf den Fall ja das sah ein bisschen komisch aus bei mir vor allem vor allem es wird es wird immer heftiger was gleich kommt wird noch interessanter ach toll sag das doch nicht macht einzeln wartet bis der eine vom Brett ist sonst wird das eh nix oh man und dann fallt er runter wenn er hier rüber wollt na toll oh man hol doch einmal eine Leiter das geht nicht mehr ich komm da nicht noch oh Gott voll überschritten wei wei oh oh das wird nix doch das wird was ihr schafft das beide nicht laufen Skier stehen bleiben und loslassen ne mach gar nix die hat's festgegangen was machst du da lass die Arme los na jetzt nicht oh nein wenn ich dir die Arme los lass fall meine Arme runter B ok ich lass dich erstmal springen ja das sieht gut aus und hep schönen Klimmzug nach oben sie hat es noch nicht geschafft man muss auch seitlich drehen seitlich kannst du auch trainier ich mache ein bisschen übung hier am stein um die muskeln aufzuwärmen